warte jetzt muss ich meinen neuen stream mit dem starten stellen zwei ich will zwei ich will zwei okay ein zweieinhalb oder so ein stück kattel schreibt mir jetzt hier schon ich will es röke auf wurde geben ja nur ist jetzt reingedäunt gut so ist ja also sorry irgendwas ist passiert wo ich geht ja eingegangen bin er hat irgendwie aufgehört zu streamen jetzt habe ich wieder neu gemacht ja und jetzt beginnt gleich aber nur zu hin wo ich habe nicht so gute autos und ich bin gerade nicht sehr weit ich habe ruiner der alles ruiniert und guck mal mein outfit an alter sieht so geil aus und die ruine also der ruiniert schreibt man den kommis was ihr sehen wollt bank 0 geil zum beurteilen dass ich einfach rumfahre oder eine scheiße machen oder irgendwie schon missionen und rennen mache schreibt mal ich mach da weiter irgendeine scheiße hi auto ja okay und raki was willst du schon das nächste mission also ich mache ein bisschen mission und halt ein bisschen also in der mission scheiße war da erstmal mal scheiße oh 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 der drückt war geil hallo der psd ich hab ja jetzt jetzt kriegst du paus mal jetzt halt wo ist meine waffe hallo meine waffe junge scheiß futze hi 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 ich mach grad geht ja scheiße messen naja ich bin ein scheiß anrucksauto oder hat niemand ein dach aufgemacht verpriss dich ja das ist ja wieso das ist ja das ist ja Stirb! Na gleich die Bullen! Stirb! Ja, Waterhouse denke ich mir auch gerade so. Ich muss mich mal verpissen. Also so werde ich auch später mal fahren. Oh, da ist eine Rampe. Der P-Stick. Was? Bunker-Serie irgendeine Scheiße. Das ist dann... Geil. Lässt Auto, würde ich sagen. ich habe es nicht wahr ich habe es nicht wahr selbstmord begann es ist jetzt noch im live stream drinnen nach meiner scheiße wer ist noch im live stream trinke tot ja immer tot wer ist jetzt ja warte gut und noch louis wettig nein ich habe kein bock ok alles noch drinnen halt die fresse lässt geile musik kovett 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 zurück er verpiss sich aus der kovett also meine kovett ich wette jeder jeder der karte im live stream drinnen ist lacht über mich deswegen ok louis lacht aber schon in irgendwie oder ist irgendwie ein wix auf der karte den treff ich mal heute war das knapp wer jetzt wieder erfährt und mir die reifen durch schießt ich kenne das ist ich kenne mal wieder so ich kenne mich ja Hahaha Ich muss mal den Motor warm machen. So, warte. Äh, hier. Ja moin alter. Wheelie am Start. Wenn ich am nächsten Tag fährt euch mit dem Motorrad. Ah ne. Ja, noch nicht. Kann man hier geradeaus. rechte weg ich kann fahren ich kann fahren hier ist die abkürzung ja ich kann fahren ich habe nur ab ich mache nur mehrere abkürzungen mein auto sieht perfekt aus ist nicht du 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 bleibst bleibt mal stehen das biebst ja hals moll ja scheiß elektrokar alter was ich habe einen führerschein du brauchst nicht keine angst haben wenn du wenn ich wenn wir erwachsen sind mit mir zu fahren brauchst keine angst haben so der typ bleibt mal stehen der ist der hat nicht alles auf das ist ich also diese musik ist schon viel besser ist so diese musik ist viel besser schon und das war schon live das war das war geschliffen weiter und wer sagt ich kann nicht fahren und scheiße die wohl ich muss nur rückwärts war das ist richtig dafür noch mehr wollen jetzt mal bis erstmal einen kleinen burnout ein schönes auto ja tschüss das Auto sieht mal wieder so scheiße wieder aus schminder polizisten alter war die mich komplett ficken muss ich ja kommt wieder in die berge rein ja ich habe mich rampe meine polizisten nicht ein klein wenig schminder 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 in ex-government facility ich hab sehr viel money Ah ja. Hey, peace dich, danke. Also, jetzt kam noch eine Nachricht. Okay, mach ich. Bist du dumme? Bist du dumme, der mich abonniert hat gerade? Oh, Alter. 18. Gut. Äh, Abonnenten hast du. Ja, hab ich. Äh, Abonnenten hast du. Ja, hab ich. Äh, Abonnenten hast du. Ja, hab ich. Gut, hab ich dich, ich hab dich abonniert. Jetzt muss ich, mach mal noch eine Nachricht, ich kann noch nicht mal von, XD, okay. Hi. Wer schneller ist. Ich find der ist eh schneller. Was? Oh, ja. What the fuck? Warum hab ich jetzt wohlen bekommen? erst mal muss ich mal Nachrichten angucken R-Mann okay oder gehen wir mal gleich hinten Puff 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 Hallo Bremsen wer sind alles noch äh drin das ist alles noch in meinem Livestream drin Null toll nehmen es weg Mann Hä ist nur Luis in den ist nur Luis drinne Warte mal auf Motorrad Hä ist wirklich niemand anders drin anstatt Luis Jetzt morgen Min vorne let's not pussyfoot around I know who you are I know what you're into we put up a property on Maze bank for closure Oh, Corvette mit der habe ich ganz gut gestanden. nein nicht dieses auto zu kommen behindert dieses auto abo gegen abo gleich mache ich jetzt können wir mit dem rennen machen naja los ich bin doch nicht schneller ja wohl als ob der mich hier rein holt weiß aber auch ein baum der älter der wieder ganz gemütlich ich muss mal ganz kurz ganz komplett geradeaus ziemlich komplett verarschen mittlerweile guck ich ist nur luisen in meinen leistungen drinnen noch jemand scheiß oder kommt der typ ich muss nur rausspielen Armin Arsch also ich gehe mal auf Sturm und weil hier kann ich keine Mission machen wie geht das nochmal hier oder durch aber geht ja auch noch ein Palazen aha und lecker wie franklin der mensch wie mit shop alter das war einstecken der piez stirbt und geirrt eine nenne mit einer typ der niger alter der niger der mit dem breiten bizeps die städte ich hallo hey du darf du willst noch weiter kämpfen du auch und der und du darf jetzt muss ich mich mal ein bisschen franklin der market my boy liquide dieser pitch geht über hier so ein bisschen nur die paulist all right okay wo Simon Desu, hier ist Simon Desu Simon Desu will ich danke das sind polizisten das ist sie probieren und noch im live stream dabei drei leute sind drin schreibt mal in den in den kommentaren wer drin ist und er noch jemand alter beruf mich jetzt an aber ganz kurz Das war's. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are empl- Congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sachi with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why- We're waiting for it. Magella and I have a nigga. Best beauty beach. And you still rollin' with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist type bitch. But now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vargos dude with a tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Luis, write in the comments, if you're just a black screen. We're not girls scouts. Okay, I'm not so sure about that. Yeah, step up, nigga. Of course this is real. Who else would have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's with a 3G note? Damn, that motherfucker must be... I don't know if it's a black screen for you, Luis. Alright, man. Look, we're going in quiet. In and out. No fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud dramatic, brass, crazy, greedy shooter motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. Yeah, that's right, homie. Nothing but love, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'd see me in a funny dude. Yeah, but Luis isn't a black screen. What the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about, motherfucker? Richard, I don't know what's going on with you, but Luis isn't a black screen. What? What? You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fools. Where the fuck are you getting that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye? From around the way, Marcus or something? You were slanting for him, and then he got what was coming, right? Shit, yo! You work with the ass! You don't have to be in one of the lockups down here. It should be is the story of your life, asshole. Hey! 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 Hey, what's up, homie? Was ist das denn? Ja, da ist das Was ist das noch ein Traum? Die Reaktion, wie du einfach bist Oh ne alter, den klopp ich gleich drück. So, jetzt können wir weiterlaufen. Ja, das ist richtig. Keep it moving, bitch. Man, ich liebe diese Scheiße. Hey, schau, lass uns es so smooth, homie. Man, deine Scheiße ist die einzige, die so smooth ist in dieser Scheiße. Man, was ich genau in der Vergangenheit gemacht habe, um deine Scheiße zu verdienen? Das ist ein Routine-Lick, dawg. Die Vagos sieht Routine? Das ist ein Schade-Ass-Ammel. Shit, wir in Vespucci Beach. Wir sind auf der falschen Seite des Vespucci Beach. Ja. Find your bitch-ass and cover! Who is this, pal? Genius, keep your hand in! Man, you make a puff, man, jeez! Hey, step aside, motherfucker! You'll get V-C'd up in the pen, man. Oh, yeah, V-C'd up! Fight's cover! Fight's cover! Fight's cover! Fight's cover! Fight's cover! We got the move! Hey, get the cubs there by the truck! Motherfuckers on the scalp of the zombie! Shoot up that cannon! Come on. They all are llegó! They all are themed! They all are themed! Get out of here! They all are themed! They all are themed! �, they all are themed! Treffen muss! T-Geele-zeh, ha, okay! Oh, den hab ich noch gekillt, oh, den hab ich noch gekillt. Ah, jetzt muss ich noch mal erneut. Oh ne, ich muss noch nicht da anfangen. Oh ne, ich muss noch mal erneut. Follow me, let's get through this. Somebody tell them niggas it's illegal to represent. You sure picked the right people to pick a fight with now. Get up there, shoot that niggas, bust his ass. You get busted, you bad ass. Look out, they running on you. Appreciate it, Phil. Get that car on you. Some more of them niggas! Damn! Fight them niggas up! I don't want to fight motherfuckers! What's that? Good looking, homie. You still breathing me? Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. I don't care, ehh! If they think they want to play for us only in charge then... ...they just need to look at them. ...they gotta protect them. I don't care about them, man. Let him run away from this shit. You can save the money! I'll kill them, man. Just a shot, I'll get paid. Hey, hey, it ain't worse shit when you do a 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. We need to shoot him off the bike. Couple's racks is better than nothing. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you ride, stupid. What is wrong with you, fool? Bye bye, asshole. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on innocent. Alright, I'll see you over there. Awa! What the fuck? Behind it, you're all right. I don't see you, he's at the it's just a control. Donutsch, dude. What's going on? I'm here to´re you. What's going on? What are you doing? What the hell? What's going on? What the hell? Was ist das? Ich bin ein Psycho-Path. Du hast endlich verloren. N***a, das ist ein Packet. ok also bei mir startet gleich das stream neu also geht auf den anderen stream vorbei ich gehe jetzt in fortnight stream und das wollen wir gleich mal starten